Willkommen zurück zu einem neuen Daily Update. Wir wollen uns heute auf jeden Fall mal wieder eine wichtige On-Train-Data anschauen zu dem Growth After Halving. Danach schauen wir uns nochmal die Spotty-TF-Inflows an, wie immer. Und natürlich nochmal einen Blick auf die Liquidation-Heatmap und am Ende schließen wir das Ganze mit der Chart-Analyse ab. Denn wir sind ja jetzt endlich wieder über 70.000 US-Filler mit dem Bitcoin-Kurs und dementsprechend müssen wir uns auf jeden Fall anschauen, was als nächstes drin ist. Und in diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Lasst mir mal ein Like und ein Abonnenten oder? Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Als erstes wollen wir auch direkt rein starten in die On-Train-Daten und haben hier die BTC Growth After Halving-Statistik. Und zwar können wir hier sehen, nach dem ersten Halving hier im Jahr 2013 sind wir mit Bitcoin zwischenzeitlich 9.000% gepumpt. Nach dem zweiten waren es 2.800% und nach dem dritten Halving waren es 728% bis zum momentanen Zeitpunkt. Und dementsprechend wäre es natürlich sehr interessant, was passiert, wenn wir in weniger als 30 Tagen das Halving sehen. Ende April ist es soweit. Ungefähr 22. bis 23. April sollte es vom momentanen Zeitpunkt aus sein. Und das wird dann natürlich sehr spannend. Meistens haben wir vom Halving eine kleine Korrektur. Genauso eine, wie wir jetzt gerade hatten. Ungefähr 15 bis 16% sind wir nach unten hinweggefallen. Und dementsprechend wird es einfach extrem interessant, was kursmäßig drin ist nach dem Halving. Vor allem, wenn sich jetzt vielleicht wieder die Spot-ETF-Inflows ein bisschen drehen. Und damit wollen wir auch direkt schon mal zur zweiten On-Train-Daten rüber. Denn das sind natürlich die Spot-ETF-Inflows. Wir haben jetzt ja 5 Tage in Folge, das heißt die gesamte letzte Woche, negative Inflows, das heißt Outflows gesehen. Dadurch, dass zum einen die Grayscale-Outflows extrem groß waren und zum anderen beispielsweise BlackRock und Fidelity hier ganz links dargestellt. Ich hoffe, ihr könnt es hier neben mir erkennen. Recht geringe Inflows hatten. Das bedeutet, recht wenig Bitcoin gekauft haben. Und dadurch war es jetzt natürlich schwierig. Wir hatten ja einen Tag mit 150 Millionen Outflow, dann 300, dann 260 und dann wurde es weniger. Weil BlackRock, wie der angefangen hat, einigermaßen viel zu kaufen. Hier mit 90 Millionen Outflow. Das hier sind übrigens alles in Millionen, nicht in Bitcoin. Und dann nochmal 50 Millionen US-Dollar Outflow. Und jetzt hatten wir gestern das erste Mal wieder 15 Millionen US-Dollar Inflow. Und jetzt kommt es natürlich sehr darauf an, was wir diese Woche noch durch die Spot-ETFs sehen. Denn falls wir einen erneut größeren Inflow diese Woche sehen, sind wir mit dem Bitcoin-Kurs wahrscheinlich ziemlich schnell auf einem neuen All-Time-High. Und vor allem eventuell ziemlich schnell in Richtung der 80.000 US-Dollar oder mehr. Und das würde natürlich auch nochmal sehr interessant werden, wenn wir einen Blick auf das Halving werfen, was ja dann eben in 28 Tagen ist. Und natürlich danach nochmal deutlich mehr historisch gesehen mit dem Bitcoin-Kurs pumpen werden. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen auf die nächsten On-Trend-Daten, und zwar die Liquidation Heatmap, können wir auch erkennen, dass wir hier ja wieder mit dem Bitcoin-Kurs, wie gesagt, über 70.000 sind. Zwischenzeitlich haben wir auch mal den 71.000 gekratzt. Und jetzt ist es natürlich sehr interessant, denn inzwischen haben wir hier einiges an Liquidität über uns gesammelt. Und zwar genau über dem alten All-Time-High. Das All-Time-High befindet sich ja momentan bei ungefähr, ich glaube, 73.700 US-Dollar. Und dementsprechend ist in diesem Bereich von 73.700 bis 75.000 US-Dollar hier, ihr könnt es erkennen, einiges an Liquidität inzwischen um die 12 Milliarden US-Dollar. Und diese Liquidität wird sehr wahrscheinlich gegrabt werden. Vor allem, wenn wir jetzt starke Spot-ETF-Inflows sehen, halte ich es für durchaus wahrscheinlich, dass wir diese Woche noch die 75.000 US-Dollar erreichen könnten. Gerade, weil wir dann auch nochmal ein neues All-Time-High bilden würden und eben diese Liquidität hier abholen würden. Und jetzt, Leute, wollen wir nochmal kurz vorgehen in die Charts. In der Chart-Analyse angelangt, Leute, wollen wir uns direkt erstmal den Weekly-Chart anschauen. Denn ich habe euch letzte Woche mehrmals diese Zone hier gezeigt. Und zwar die Zone von dem vorherigen höchsten Weekly-Close bis zu dem vorherigen All-Time-High-Wick. Und diese Zone haben wir ja jetzt genau nicht verlassen mit der letzten Weekly-Kennel, die hier positiv war. Sind wir genau bei den 69.000 US-Dollar geschlossen. Dann hatten wir ja hier diesen Week nach oben, wo wir eben das neue All-Time-High gebildet haben bei ungefähr 73.700 US-Dollar. Und wurden dann abverkauft. Aber ich habe schon in dieser Weekly-Kerze gesagt, dass wenn wir die Weekly-Kerze nicht außerhalb unserer Support-Zone schließen, beziehungsweise der Widerstandszone, die jetzt aber eventuell zum Support geworden ist, dann können wir erwarten, dass wir hier bald nach draußen bouncen werden. Das Ganze ist dann auch erstmal hier in diesem weiteren Dump resultiert. Aber was wir natürlich auch sehen konnten, ist, dass wir im Verlauf des Wochenendes so stark aufgekauft wurden mit dem Bitcoin-Kurs, dass wir tatsächlich anstatt ursprünglichen fast unter 61.000 US-Dollar, hier bei ziemlich genau 61.000 US-Dollar, waren wir unten, also niedrigster Punkt, sage ich jetzt mal mit der letzten Weekly. Und trotzdem haben wir bei über 67.000 US-Dollar wieder mit dem Bitcoin-Preis geschlossen. Das bedeutet, hier haben wir auch extrem positive Kaufkraft gesehen. Ebenso wie das hier der Fall war. Hier sind wir auch einmal zwischenzeitlich rausgefallen. Es sah sehr danach aus, als würden wir nach unten hin ausbrechen. Und dann haben wir die Weekly-Kerze so aufgekauft, dass wir ein so bullisches Zeichen und bullisches Momentum hatten, dass wir hier tatsächlich nach oben ausgebrochen sind. Und genau das könnte hier ebenfalls wieder der Fall sein. Momentan sind wir mit der Weekly-Kerze hier natürlich extrem gut. Es ist dann natürlich die Frage, ob wir diese Woche, wie gesagt, beispielsweise durch die Spot-ETF-Inflows hier noch höher kommen mit der Weekly-Kerze, beziehungsweise zumindest mal einen Weekly-Close erreichen könnten, der über 70.000 US-Dollar liegt. Das wäre meines Erachtens ein extrem positives Zeichen für den Bitcoin-Kurs, gerade weil wir dann auch diese Zone hier mit einem schönen Long-Bounce nach oben verlassen hätten. Jetzt wollen wir nochmal vorgehen auf den Date-Shot, denn hier können wir ja einfach erkennen, hatten wir ja hier perfekt den Bounce von dieser Support-Zone, die wir hier angetestet haben. Und eben hier nochmal diesen starken Wink nach unten hatten, dann nochmal nach oben. Dann hatten wir erneut einen Antest und dann sind wir weggestoßen mit dem Bitcoin-Kurs. Sah alles super aus. Wir hätten ja auch erwarten können, dass wir durchaus weiter nach unten fallen. Beispielsweise diese nächste Zone könnte auch natürlich immer noch passieren. Jedoch, wenn wir so positive Closes, beispielsweise mit der Weekly-Kerze beim Bitcoin-Kurs diese Woche sehen, denke ich erstmal wird es weiter aufwärts gehen mit dem Bitcoin-Kurs. Und dafür wollen wir uns natürlich nochmal den Stundenchart anschauen für den kleineren Timeframe, denn hier habe ich auch mal ein Fibonacci-Retracement aufgespannt. Das hat euch, glaube ich, auch Timo gestern im Video gezeigt. Ich habe es jetzt mal nur von Peak zu Peak aufgespannt. Und da kann man sehen, haben wir momentan diese Seitwärtsbewegung eben unter dem 0,786er-FIP-Level hier. Und jetzt wäre es natürlich sehr interessant, ob wir einen Breakout nach oben schaffen. Momentan, wie gesagt, bauen wir hier so ein bisschen weg, haben so eine kleine Seitwärtsbewegung. Und es bleibt interessant, aber wir bleiben durchaus immer noch über den 70.000 US-Dollar. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und dementsprechend ist es natürlich auch immer noch wichtig zu sagen, dass wir hier dieses Reverse Head & Shoulders Pattern oder Symmetrical Triangle haben. Kann man natürlich immer sehen, wie man möchte. Aber ich würde es eher als Reverse Head & Shoulders sehen, gerade weil das Symmetrical Triangle ja ein Continuation-Pattern ist. Und man dementsprechend mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eine Continuation nach unten erwartet hätte, würde ich hier eher von einem Head & Shoulders Pattern sprechen. Und davon wäre das Breakout-Target dann auch ungefähr vom Breakout-Zeitpunkt bei 74.500 US-Dollar. Oder wenn man das nicht bis zum Peak zeichnet, wollen wir uns auch nochmal kurz anschauen, wäre das also hier auf den Close gezeichnet, nur von dem Head wären wir bei einem Breakout-Target von ungefähr 73.000 US-Dollar. Das bedeutet beides natürlich sehr bullische Ziele, die wir hier auf jeden Fall auch noch nicht erreicht hätten. Das heißt, vom momentanen Zeitpunkt aus hätten wir noch mindestens 3.000 US-Dollar Upside-Potential für den Bitcoin-Kurs. In diesem Sinne, Leute, behaltet das auf jeden Fall mal im Auge, ob wir hier tatsächlich über das Pattern drüber kommen. Denn wir haben hier auf dem Stundenchart zumindest auch ein kleines Short-Pattern. Wir haben hier einen aufsteigenden Trend mit dem Kurs und gleichzeitig eben hier auch einen Higher-Low. Das bedeutet, wir haben hier theoretisch so einen Rising Wedge. Und das Rising Wedge hätte ein Breakout-Target von theoretisch gesehen, ja, vom momentanen Zeitpunkt aus ungefähr 69.500 US-Dollar. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir hier nochmal beispielsweise auf den 69.000 US-Dollar kurz bouncen und es dann nach oben geht. Wie gesagt, müssen wir natürlich einfach schauen. Trotzdem wäre es sehr gut, wenn wir langfristig gesehen auf das Ende der Woche schauen und wir dementsprechend dann den Weekly-Close und auch den Monats-Close einigermaßen bullisch für den Bitcoin-Kurs sehen würden. Und in diesem Sinne, Leute, war es das auch mit dem Daily-Video. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo nochmal da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.